Markieren Sie im geöffneten Nachrichtenformular den Text, der zum Schnellbaustein werden soll. Das setzt natürlich voraus, dass Sie den zukünftigen Baustein zuerst einmal tippen bzw. hierher kopieren müssen. Klicken Sie im Register Einfügen auf Schnellbausteine und wählen Sie Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. In das Feld Name tippen Sie den Bausteinnamen. Je kürzer, desto besser. Abschließend klicken Sie auf OK. Zum Einfügen tippen Sie den Bausteinnamen und drücken die Funktionstaste F3.